Musik Wir haben überall auf dem Campus auf den Dächern solche Access Points installiert und das ist wie ein WLAN-Router, nur ein bisschen größer. Solche Antennen? Ja, das ist dazu da, um zu untersuchen, wie man am besten zwischen diesen Access Points Nachrichten hin- und herschickt, damit sie den kürzesten Weg nehmen insgesamt über das Campus. Musik Ja, ich studiere jetzt seit Oktober hier an der TU Berlin im Master und ich habe mich für diese Uni entschieden, weil man einfach eine sehr große Wahlmöglichkeit hat. Musik Also ich bin dann immer in die Bibliothek gegangen, habe mir Bücher ausgeliehen und dann war ich sehr fasziniert, was man alles am Computer so entwerfen kann und ein Programm entwickeln kann. Musik Ja, hier an der TU gibt es zwar große Vorlesungen, aber eben auch vor allem im Masterstudium kleine mit wirklich sehr wenigen Teilnehmern in kleinen Räumen. Also man hat die Möglichkeit, mit den Professorern zu kommunizieren und Fragen zu stellen und das ist eine sehr angenehme Lernatmosphäre dann. Musik Ich arbeite jetzt hier bei dem Fachgebiet Quality & Usability, also auf Deutsch Qualität und Benutzbarkeit. Und das ist eben, was der Name sagt auch schon. Es geht darum, wir haben die Technologien entwickelt oder sind dabei, die zu entwickeln und wie schaffen wir das jetzt, dass auch die Leute, die tatsächlich benutzen können und benutzen wollen. Das hier ist jetzt das Projekt, an dem ich gerade mitarbeite und es geht dabei um Videoqualität. Was wir in dem Projekt machen, ist, dass wir da bestimmte Videosequenzen aufnehmen und dann Leute diese ansehen lassen und die Qualität einschätzen lassen, damit wir einfach rausfinden, was die Übertragungsrate und das Kompressionsverfahren und ein paar andere Faktoren da für einen Einfluss darauf haben, wie gut man Videos wahrnimmt. Zum Beispiel als Anwendung für Fernsehen übers Handy. Musik Für das Informatikstudium sollte man natürlich mathematisches Verständnis mitbringen. Also gewisse technische Denkweise ist da schon sehr wichtig, aber es kommt halt auch sehr viel Kreativität dazu. Das ist bei Technikstudiengängen dann oft so, dass man da ankommt und dann die Jungs zum Beispiel sagen, oh, ich habe schon so viel programmiert, oh, ich habe hier an dem Computer schon rumgeschraubt. Dann denkt man sich, hm, naja, ich habe da jetzt noch nicht so viel gemacht, oh je, gehöre ich hier überhaupt hin? Aber man darf sich davon einfach nicht entbutigen lassen, denn, naja, das Studium ist erstens dazu da, damit man was lernt und zweitens kann man dafür andere Sachen besser. Musik Ja, das passiert natürlich im Studium immer mal, dass man in der Vorlesung sitzt und erst mal nichts versteht. Aber das Schöne ist einfach, es sind immer Leute da, die einem helfen. Also man kann sich auch die Sachen von anderen Studenten erklären lassen. Es gibt auch richtig Übungen, die dafür eingerichtet sind, dass andere ältere Studenten einem dann nochmal was erklären können und man wird auch nicht alleingelassen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sei es zum Studium an sich, sei es zum Leben auf dem Campus, ihr könnt jederzeit gerne Fragen stellen. Ja, dann würde ich nur sagen, wir können los, oder? Ich bin hier auch an der Uni aktiv in der Studenteninitiative von unserer Fakultät, die heißt Freitagsrunde. Und wir machen sehr viele verschiedene Sachen, zum Beispiel Unipolitik, zum Beispiel Vorträge oder auch Partys für die Studenten unserer Fakultät. Go ist ein altes asiatisches Brettspiel, schwarze und weiße Steine und das Ziel des Spiels ist es, dass man möglichst einen großen Teil des Bretts für sich erobern kann. Es fasziniert mich einfach einerseits die strategische Seite, dass man sich immer wieder überlegen muss, wenn er am schnellsten oder am besten auf die Züge des Gegners reagiert und die auch vorausahnt. Aber andererseits hat das auch was sehr Ästhetisches hier mit den schwarzen und weißen Steinen, was sehr Harmonisches. Was mich vor allem an der Technik und jetzt ja auch in der Forschung so fasziniert, ist einfach, man kann bei dieser technischen Innovation dabei sein, man kann mitgestalten, man kann sich überlegen, was wird gebraucht, nützliche Sachen entwickeln, dann auch im Team die Problemlösungen angehen, nicht nur mit der Maschine was machen, sondern auch mit den Menschen. Musik